Zehn Jahre JokeTV. Viel Spaß mit dem nächsten Witz von PlusMacher. Der Weiße denkt so, scheiße, was mache ich? Okay, Bulu, Bulu. Der Stammeshüter fickt ihn zwei Stunden lang in den Arsch, zwei Stunden richtig hart, Bulu, Bulu. Der denkt so, scheiße, Alter, fuck. Er geht wieder weg. Nächsten Tag kommt der Stammeshüter wieder zu dem weißen Mann und sagt, entweder ich töte dich oder Bulu, Bulu. Da denkt der Weiße, fuck, scheiße, Alter, ey, ich kann eigentlich nicht mehr, warte mal, Bulu, Bulu. Zwei Stunden richtig hart, Bulu, 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 Alter. Der nächste Tag kommt der Stammeshüter wieder zu dem weißen Mann. Entweder ich töte dich oder ich mache Bulu, Bulu. Und der Weiße denkt so, ey, ich schaffe das nicht noch mal, Alter, das ist zu krass, Alter. Er sagt jetzt zum Häuptling, ich wähle den Tod. Sagt der Stammeshüter, okay, Tod durch Bulu, Bulu. Ja, Mann, das war's, Mann. PLUS, danke Zürich, danke JokeTV.